herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die antichrist 2 box von kaiser alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung antichrist 2 von kaiser das ganze aus dem jahr 2014 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrap so sieht das ganze aus in schwarz und rot gehalten es ist eine eher kleinere box eine eher flachere box wir haben hier auf der vorderseite einmal den schriftzug kaiser schnitt dann haben wir den interpreten hier abgebildet und darunter lesen wir dann antichrist 2 c 4 wir haben hier zwischen antichrist so ein anderlein das t in dem fall hier so ein umgedrehtes kreuz das er ist hier auch umgedreht und das es hier ist ein zweier also der zweier von antichrist 2 auch gleich noch als es verarbeitet wir haben hier im cover eingebaut auch noch mal ein umgedrehtes kreuz also hier sehen wir das und kaiser der hier mit sonnenbrille und bandana vermummt ist und zwischen seinen händen seiten sieht es aus als würde hier die erde in flammen stehen oder ja es dürfte schon die erde sein also auf jeden fall ein glühender flammender planet ansonsten zieht sich das ganze hier in dem design rund um auf allen seiten ja so farbe oder er sieht andererseits aus wie so lava wenn ein vulkan explodiert oder bei einer explosion aber könnte auch eventuell blut sein ich tippe mal auf so lava und heißes gestein auf der rückseite auch wieder rote tropfen das sieht dann doch eher wie sie nach blut aus und ein barcode ja der erste teil antichrist der erschien im jahr 2012 und den habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es allerzeit für antichrist 2 das ganze geht hier auf von innen sieht das ganze so aus also in weiß und da kommt uns auch schon der inhalt entgegen wir haben hier einmal ein shirt dann haben wir das album an sich ein poster und das dürfte dann ein sticker sein jawohl so auch hier von ihnen das ganze in weiß packen wir mal wieder zusammen in die box und dann kann ich noch direkt mit dem album starten so also auch hier wieder haben wir kaiser mit bandana und sonnenbrille hier unten links lesen wir kaiserschnitt hier auf der stirn lesen wir antichrist 2 das ganze kommt in einem regulären nein nicht in einem regulären in einem super tool case hier auf der seite lesen wir premium edition so sieht das von der seite aus also hier lesen wir wieder antichrist 2 c4 premium edition und auf der rückseite haben wir dann die tracklist also 16 tracks an der zahl wobei zwei davon bonus tracks sind also hier nummer 15 und 16 sind bonus tracks dann haben wir auf cd2 die album instrumentals wir haben hier unter anderem features von karate andy und orgy also king orgasmus 1 dann haben hier noch die beteiligten wir haben hier keinen barcode daraus schließe jetzt mal dass diese edition also mit den instrumentals wirklich in der box lediglich zu kaufen war und das reguläre album ohne instrumentals das hat dann wahrscheinlich auch einen barcode da drauf so und dann sehen wir auch noch kaiser mit einer faust in unsere richtung hier auf dem ringfinger noch ein toten kopf gut dann schauen wir mal hinein rein von der farblichen gestaltung gefällt mir schon richtig gut so alles in schwarz und rot so wir kommen zum booklet das ist recht dünn gehalten wir haben hier die ersten tracks die ersten sechs tracks inklusive der info wer das ganze produziert hat dann kaiser hier mit einem feuerzeug am zündeln weitere tracks dann haben wir hier ein ein pentagramm und eine waldlandschaft die restlichen vier tracks plus die info zu den anderen sachen also wer hat gemixt gemastert fotos artwerk all das kann man hier nachlesen und hier haben wir dann nochmal gegenstände von kaiser also hier sonnenbrille ein dickes messer dann wieder das feuerzeug das sieht mal aus wie so eine gebetskette ja das sind so die sachen die der gute mann braucht so was lesen wir hier c4 mehrtürer ersetzt sich in den wagen mehrtürer fährt in die menschenmenge ja also das ist ein wortspiel zwischen den beiden worten also mehrtürer einerseits der der so im glauben oder für seine überzeugung stirbt und natürlich mehrtürer im sinne von autos ein auto mit mehreren türen so dann haben wir hier die cd die sieht so aus also vom look her wir erinnern uns die box jawohl also die album cd hier genau in diesem design denn hier vorne war ja das kreuz nicht mit eingearbeitet aber hier ist es wieder am start so sieht das aus und auf der rückseite haben wir dann cd nummer zwei in diesem fall die instrumental cd die sieht so aus und dann haben wir hier einmal eine figur es dürfte wohl kaiser sein mit einer machete und einer maske und hier lesen wir denn der sucker hat so viel gelutscht und er dürfte hier jemandem den kopf abgeschlagen haben also ziemlich heftiges artwork hier mit dem abgehackten kopf in der hand so wie man es von kaiser gewohnt ist ziemlich heftiges bildmaterial so dann kommen wir zum shirt wir haben hier wie so oft in boxen ein t shirt dabei was mich an dem t shirt sehr freut also es ist kein reguläres weiß auch wenn das vielleicht jetzt so in der optik in der kamera so rüber kommt wie ein weißes shirt mit schwarzem aufdruck aber es ist so ein ja wie soll das bezeichnen so ein ganz helles braun oder so ein beige also ein ganz helles beige muss ehrlich sagen ich bin nicht so der fan von dieser farbe aber ich freue mich natürlich generell immer wenn man da ein bisschen andere farben als weiß oder schwarz rein bringt auch wenn jetzt nicht so mein geschmack ist aber ja es ist was anderes als das regulär klassische schwarz weiß und auch hier haben wir wieder diese abbildung die wir gerade im booklet gesehen haben also auch hier lesen wieder denn der sucker hat so viel gelutscht und dieses brutale bild hier auf der rückseite haben hier nichts weiter und wir haben es bei diesem shirt zu tun mit einem fruit of the loom value weight in der größe l das ganze ist 100% baumwolle und wo haben wir es hier haben wir es mit in marokko grüße gehen raus so wir packen das shirt mal wieder zusammen und kommen zu den weiteren inhalten so einmal zusammenlegen dann haben wir mit dabei ein poster so sieht das aus wir haben hier auch wieder die abbildung die wir vom box cover kennen also hier lesen wieder antichrist zwei dann hier diese glühende weltkugel und kaiser hier abgebildet darüber hier lesen wir auch noch kaiserschnitt das ganze hier auch mit diesem umgedrehten kreuz wieder und was ich besonders spannend finde dass wir hier unten das album cover noch mal haben und lesen ab dem 31 oktober da ist das ganze rausgekommen 2014 überall im handel ja muss ich ehrlich sagen finde ich an der stelle es irgendwie ein bisschen merkwürdig denn das poster ist ja mein boxinhalt gewesen von daher habe ich dieses poster ja nur wenn ich die box schon erworben habe und daher finde ich diesen hinweis irgendwie merkwürdig aber ja eventuell wurde dieses poster auch irgendwie verwendet für promo phase oder sonst was ok ja und wie wir sehen können ist das poster einseitig bedruckt und im hochformat das dürfte wohl so a2 gewesen sein und als letzten boxinhalt haben wir noch einen sticker der ist recht groß das ist format technisch wohl a5 und es ist genau dasselbe wie auch das poster also wir haben auch hier wieder diese abbildung da unten mit dem album cover ab dem 31 10 2014 ja also ähnlich wie auch beim poster eventuell wurde das vorab irgendwie schon so als promo gedruckt oder irgendwie verwendet keine ahnung ja also sticker im hochformat so sieht er aus größe a5 jawohl zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal eben gezeigt der sticker im hochformat a5 dürfte das sein dann haben wir das poster a2 meines wissens hätte das regulär signiert sein sollen meines in dem fall war jetzt nicht unterschrieben ich hoffe natürlich falls ihr die box habt dass eure poster unterschrieben sind wie gesagt ich glaube ich glaube also rein von der box beschreibung her hätte das beschriftet also signiert gehört dann haben wir mit dabei das shirt in der größe l und natürlich das album an sich im super jewel case mit insgesamt 16 tracks plus instrumentals jawohl das alles in dieser wunderbaren box antichrist 2 von kaiser mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr kaiser unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf